Sogar zwei! Ey! Moment. Ey. Ja, das hat doch geklappt. Yay, ich hab'n Hund. Komm mit. Äh, sind hier drei Hunde. Moment, Moment, Moment. Das, äh... Ja gut, ein Opfer, ich halte mein Schweinefleisch für die. Kommst du? Äh. Hallo? Äh. Geht das nur mit Knochen? Ach, nee, oder... Ach, nee, jetzt hab' ich... Oh. Wo bist du denn, du Hund? Verdammter Hund, du. Ah, da. So, dann... Nicht... Oh, nicht die Schaufel wegwerfen. Ich wollte das eigentlich mit dem Schwert, mit der Rose schlagen. Und Mann, was ist grad los? Ey. Boah, muss das so lenken? Äh. Wartet mal so. Okay. Ich glaub', das ist wieder Frips schuld. Was soll's sonst schuld sein? Okay, wir haben jetzt immerhin einen Hund. Die anderen können wir jetzt erstmal nicht nehmen. Ja, wie nennen wir jetzt den Hund? Nennen wir den... Äh. Wir nennen den jetzt... Äh. Äh. Ja, ich bin so extrem einfallsreich bei sowas. Wir nennen den... Wir nennen den, äh... Ist das eigentlich Männchen oder Weibchen? Na, komm mal mit rein, Junge. Ey. Komm mal mit rein. Nein. So. Bleib mal da sitzen. Ach, verdammt, mir läuft die Nase. Einen Moment. So, hat mal kurz das Mikro auf Sturm geschaltet. Äh. Und das ist übrigens gerade, äh... Ich glaub', die Musik aus der alten Mine von Gothic. Die ja auch grad extrem passt jetzt so. So. Machen wir mal weiter hier fleißig ab. Hier kommt ja unser kleiner Garten, denke ich, rein. So. Ach, Mann, jetzt hör doch auf, so zu lenken. Verdammt, was ist denn los? Mann, ich hasse das. Yay, Erde. Jetzt komm. Das nervt bitte nicht. Ja, wir brauchen auch bald mal wieder was Neues zu essen. Aber wir haben ja erstmal ein paar Vorräte. Äh. Ja. Und da geht's wieder nach draußen. Weil da Gras um drauf wächst. Ja, da wächst Gras. Hahaha. Hahaha. Genau. Ähm. Ich weiß nicht, wie mach ich das jetzt am besten? Wenn ich hier abbaue, bin ich draußen. Okay. Machen wir da erstmal, machen wir da erstmal Erde und pennen jetzt. Nehmen wir noch das Schwert aus. Okay. Und ich höre diese nervige Minecraft Musik. Ey, kann man die nicht ausmachen? Äh. Ist doch, ja. Ist doch aus eigentlich. Oder wird die noch woanders eingestellt? Ja, das sind die Controls. Naja. Okay. Wo ist das Glas? Nein. Geht doch mal. Ah. Ja, dann sitzt es halt da oben. Yay. 64 Glas. Wir brauchen auch mal bald eine Truhe. Ah, jetzt ist die Minecraft Musik auch noch so extrem verflucht laut. Ach, was mach ich denn da? So, äh. Ey, ich möchte keine. Ach, jetzt hab ich's. Ach, bin ich blöd. Und ich hab die ganze Zeit die Minecraft Musik eingeschaltet. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Viech kommt, sonst wär ich sauer. Oder war wieder traurig. Äh. Oh, Mann. Gut, ich hab so ne Idee, wie wir das machen. Ich glaube, ich setze den Wintergarten. Hey, hör auf. Ich setze den Wintergarten dann so. Dann machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Oh, boah. Oh, Mann. Ähm. Ja. Jetzt hab ich nur Angst, dass hier die Viecher nachts kommen. Bau mal den Baum hier ab. Der nervt sowieso nur, wie sau. Gut, da könnte ich mir jetzt auch ne Axt mal machen. Wisst ihr, was das mach ich jetzt mal? Also nicht nur für diesen Baum, sondern allgemein brauchen wir einfach mal ne Axt. Ähm. Ne, das ist ne Hau. So, das ist ne Axt. Gut. Ähm. Ja. Ach, Mann. Jetzt hat sie da so gelegt, dass ich blöden Blätter abgehauen hab. So ein Scheiß aber auch. So ne Schieße. Äh. Stein. Machen wir mal das Eisen fertig. Ähm. So ein paar Half-Steps. Die finde ich ganz stylisch. Sagen wir's mal so. Machen wir mal so ein paar. Achtz und war ich nur erstmal. Weil ich hab mir so überlegt, die könnte man ja vielleicht... Oh, Mann. Leck doch nicht so. Blöder Scheiß. Äh. Das nervt echt. Mit dem Legen. Ähm. So. Sag mal, wieso... Okay, die Blätter, die könnte ich dann, wenn das Eisen fertig ist, wirklich mal abbauen. Yay. Äh. 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 Acryer Hardware. Ja, wir haben jetzt ne Hardware auf unserem PC installiert. Äh. So. Ja. Auch wieder so ein schlechter Witz. So. Aber die Blätter können wir auch mal aufsammeln. Hey, wir haben ne Schere. Juhu. Okay. Dann direkt mal den Baum abgeholzt. Ich meine, ich bin ja hier der... Lebt in der alte Dingsda noch. Typ. Genau, der Holzmischel lebt in der Holzmischel noch. Gut, ich kann nicht besonders gut singen, deswegen lasse ich das auch besser. Ähm. So. Oh, schon fast ein Stack. Okay, da ist nur ein Schaf. Ähm. Ja. Hören wir einfach mal die Treppen ins Inventar. Denn ich hab ne neue Designidee. Gerade entwickelt. Ne. Und ich hab gar nicht gezählt hier. Was, wie mach ich das? Ich glaube, hier hinten kommt dann so ein Lager rein. Würde ich sagen. Ähm. Machen wir das ab hier so. Sonst sieht das scheiße aus. Ja, das Glas war gerade auch voll sinnvoll dazu schon zu bauen. Das hier glaube ich, baue ich auch nochmal ab. Aber die kann man ja wenigstens wiederverwerten. Ich weiß nicht, wie lang machen wir das. Äh. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 ist ne schöne Zahl. Also bleiben wir bei 7. Ähm. So, dann setzen wir das schon mal da so hin. Ähm. Ja. Ich glaube, dann mach ich das folgendermaßen. Und die Musik ist jetzt ein bisschen zu leise. So. Okay. Ähm. Ja, ganz klassisch muss es auch nicht sein. Okay, wir haben ja noch ein paar Leaves übersehen. Blätter für euch, nicht englisch Sprecher. Ähm. So. Pilze. Ja, Pilze. Ach, das erinnert mich an so eine Szene aus Zell der Ringe. Wo die dann an so einer, äh, 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 so in der Szene halten die an der Straße an und dann sagen die, Ja, hier sind Pilze. Yay, lasst uns mal aufsammeln und so. Okay. Das brauchen wir noch. Also, es gibt ja Getreide, was man anbauen kann. Es gibt Melonen. Es gibt Zuckerrohr. Äh. Es gibt Kürbis. Also vier Sachen, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Ich würde sagen, hier machen wir schon mal Getreide. Würde ich sagen, kommt hier so ein Weg hin. Oh, hier schon mal so ein bisschen, damit wir schon ungefähr wissen, wie das aufgebaut sein wird. Ähm. Und dann hier. Und dann hier. Auch nochmal so eine Piss-Rinne, da. So eine, äh, so eine, äh, Güllerinne oder wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen, komm. Ähm. So eine Piss-Rinne oder wie auch immer, wenn es so extrem schnell wächst. Dann machen wir das hier mal gerade weg. Ähm. Und hier haben wir dann ja auch noch Platz. Das heißt, dann würde ich so überhaupt machen wir. Boah, ich erschrecke mich immer, wenn die scheiße Schaufel oder Spitzsack kaputt geht.